frisch wie eine frühlingsbrinse ach guck jetzt müssen wir jetzt müssen wir sowieso und zwar in die richtung dahinten so und jetzt da hinten hoch oder ist die sonst jetzt nicht wie ich woanders hin käme versuch mal da auf das schiff ja gut aus das ist eine unterhose aber ist es wichtig was genau mache ich hier ich bin wieder zurück zum schwamm minato So, komm ich nicht hoch. Hä? Hä? warte mal, wie geht denn das? Alter, okay, krass so, jetzt da drauf selbe Spiel nochmal Ach komm, das zählt nicht Nein Ja, ganz geil Nimm das Was mach ich denn? Ich könnte schon wieder Ich kann es nicht mehr auf den Weg auf den Weg Ich kann es nicht mehr die Was ist das? Ja genau Unkonzentriert Ich habe aber einen Checkpoint erreicht, glaube ich, oder? Bitte, 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 bitte Ja Haha, ihr Penner Geschenke öffnen ist klasse Ouch Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Warte mal, jetzt machen wir erstmal das hier Hab ihn Sehr schön Wie muss ich denn jetzt hier? Okay, das gibt jetzt einen Spaß Alter Nee, 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 mein Freund Unterhosen Eine fehlt, gut Och, was ist das denn jetzt? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm Ja, genau Alter Nein Oh, was? Hihi Ah Drum gelaufen jetzt, würde ich sagen Hier komme ich nie im Leben weg Boah Pisser Scheiße Mann Ich komme nicht hoch genug Kleiner Pisser 70 So, und jetzt? Ah, okay Dann reißen wir mal What's this? Ach, da kann ich das Okay Oh, Mr. Krabs Wie mache ich das? Oha Unterhosen Eine fehlt Frisch wie eine Frühlingsbrise Sehr schön Ähm Ja, nee, ist klar Nenn mich auch Schwaminator Moment mal gerade Kann ich auch mit den Dingern hier drauffeuern? Oh, warte mal Ich kann ja So, habe ich den schon mal weg Da oben ist ein Pfannenwender Ach, Mann Ach, Mann Riecht nach Ach, du großer Schinken Ach, du großer Schinken Alles klar Okay, das Äh, ich muss zur Sandy Aber wie komme ich da hin? Ich muss ja Blasenbowling machen Und dann zur Sandy Und Oh Warte mal gerade Ich versuche mal was Halt Da hin Das Ding jetzt noch unten Ja Oh Oh, Alter Oh, Alter So Ich kriege die Dinge jetzt kaputt Ja Sehr schön Das ist ein Mal Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen Haben wir sie jetzt alle Okay Jetzt muss ich aber nochmal da hoch, oder was? Ich komme ja von hier aus Was passiert denn, wenn ich hier draufgehe? Naja, gar nichts Okay, ich muss nochmal da rüber Und dann wieder ans Boot zu kommen Also nochmal Regen hier Oh Alle neine Das ist auch noch so ein Problem So, und jetzt All kommen sie nicht, ne? Ja Ich muss denn da oben an die Dinger Was im Übrigen auch noch eine Socke Was im Übrigen auch noch eine Socke Ich bin da oben an die Dinger Hä? Hier brauche ich einen Spongebob Nummer eins Bei der Schnitzeljagd von Bikinibottom Drei Jahre in Folge Vielen Dank Wie komme ich da hoch? Ich sehe es gerade nicht so Oh alter, da über die Plattform Ich sehe es schon Ja, ganz geil Aber Oder Ichnajrum Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020